Polizeiberichte Berlin 3. April 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Frau in Tasche gegriffen, Festnahme Polizeimeldung vom 03.04.2024 Friedrichshain Kreuzberg Nummer 0678 In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines versuchten Taschendiebstahls nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 34-jährige Frau gegen 0.30 Uhr den U-Bahnhof Moritzplatz verlassen haben, als ihr ein 22-jähriger Tatverdächtiger auf einem Treppenaufgang unvermittelt von hinten in die Jackentasche gegriffen habe. Als die Frau dies bemerkte, schrie sie, was Sicherheitsmitarbeiter der BVG hörten. Diese hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fest. Der Mann wurde festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bericht, Bürgerbüro beschmiert Polizeimeldung vom 03.04.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 0679 In der vergangenen Nacht beschmierten Unbekannte ein Bürgerbüro einer Partei in Biesdorf. Ein Mitarbeiter der Polizei stellte den Schriftzug kurz vor 3 Uhr am Schaufenster des Büros in der Köpenicker Straße fest. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, man im Rollstuhl bei Verkehrsunfall verletzt Polizeimeldung vom 03.04.2024 Lichtenberg Nummer 0680 Gestern Mittag kam es in Neuhohen-Schönhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Rollstuhlfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 91-Jähriger gegen 13.20 Uhr auf dem Radweg der Falkenberger Chaussee von der Egon-Erwinke-Straße kommend in Richtung S-Bahnhof Hohenschönhausen einem Rollstuhl unterwegs gewesen sein. Als er aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Fahrbahn geriet, wurde er von dem Auto eines 28-Jährigen erfasst, der die Falkenberger Chaussee in dieselbe Richtung befahren haben soll. Der Senior erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt Polizeimeldung vom 03.04.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 0681 In Marzahn soll es gestern Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern gekommen sein, bei der zwei von ihnen verletzt wurden. Ein 27-Jähriger und ein 19-Jähriger sollen sich gegen 17.30 Uhr mit einem ihnen flüchtig über ein soziales Netzwerk bekannten Mann auf einem Brachgelände zwischen dem Wiesenburger Weg und der Georg-Knau-Straße hinter dem S-Bahnhof Marzahn getroffen haben, um eine Streitigkeit auszuräumen. Das gelang offenbar nicht, denn der flüchtige Bekannte und zwei Begleiter sollen den 27-Jährigen und den 19-Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Auch ein Messer und Reizgas sollen zum Einsatz gekommen sein. Der 27-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Gesäß, der 19-Jährige Augenreizungen. Die beiden Verletzten kehrten anschließend an die Wohnanschrift des Jüngeren zurück. Ein Bekannter der beiden alarmierte dann die Einsatzkräfte. Die Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen, auch. Zu den Angreifern, wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 3, Ost, übernommen. Bericht, Fußgängerin angefahren und überrollt. Polizeimeldung vom 03.04.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 0682 Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn-Hellersdorf wurde gestern Nachmittag eine Fußgängerin verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 57-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen 14.40 Uhr die Treskostraße in Richtung Hönoerstraße. Auf der Kreuz um Tresko-Ecke Hönoerstraße umfuhr der Fahrer eine in die Treskostraße ebbigende Straßenbahn und erfasste hierbei die 61 Jahre alte Fußgängerin, die die Fahrbahn der Hönoerstraße in Richtung Treskostraße überquerte. Die 61-Jährige soll von dem Auto des 57-Jährigen überrollt worden sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die am Kopf und am Rumpf Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem für Verkehrsdelikte zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Senioren bei Verkehrsunfall verletzt Polizeimeldung vom 03.04.2024 Marzahn-Hellersdorf Nummer 0683 In Mahlsdorf wurde gestern Nachmittag eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat die 86-Jährige gegen 17.40 Uhr unvermittelt die Fahrbahn des Hulschinerdams, um diesen zu überqueren. Nach Zeugenaussagen soll sie dabei nicht auf den fließenden Verkehr geachtet haben. Eine 66-Jährige, die mit ihrem Wagen aus Richtung Winklerstraße in Richtung Seestraße unterwegs war, konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der Seniorin nicht mehr verhindern. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte ältere Dame zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost. Bericht Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall Polizeimeldung vom 03.04.2024 Treptow-Köpenick Nummer 0684 Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen im Ortsteil Baumschulenweg ist ein Mann verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer gegen 8.20 Uhr die BAP 113 in Fahrtrichtung Schönefeld und geriet aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern. Anschließend soll er mit einem vorausfahrenden Fahrzeug einer 42-Jährigen kollidiert und dann mit seinem Krad gegen die Betonmittelleitwand geprallt sein. Dabei erlitt er mehrere Verletzungen, darunter eine Beinverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach aktuell nicht. Die 42-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Autobahn war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab der Abfahrt Adlershof bis etwa 12.50 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3, Ost, führt die weiteren Ermittlungen. Bericht Fußgängerin nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen verletzt, Zeuginnen und Zeugen besucht. Polizeimeldung vom 03.04.2024 Steglitz-Zehlendorf Nummer 0685 Nach einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Potsdamer Chaussee in Nikolassee am Sonntag, den 31. März 2024, gegen 21.30 Uhr sucht die Polizei Berlin nach Zeugen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4, Süd, fragt. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Wagen machen? Wer wurde Zeuge des Verkehrsunfalls und hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4, Süd, in der Eiswaldstraße 18 in Langwitz unter der Telefonnummer 030-4664-472.800 oder per E-Mail entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Erstmeldung 06-S2 vom 1. April 2024 Verbotenes Kraftfahrzeugrennen Fußgängerin verletzt Bei einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gestern Abend in Nikolassee ist eine Fußgängerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen sollen ein 28-jähriger Motorradfahrer und ein unbekannter Autofahrer gegen 21.30 Uhr ein Rennen in der Potsdamer Chaussee in Richtung Arvus gefahren sein. Dabei sollen beide zunächst an der Haltelinie an der spanischen Allee nebeneinander gestanden haben und dann stark beschleunigend angefahren sein, nachdem die Ampel auf grün umgeschaltet hatte. Im weiteren Verlauf ihrer Fahrten sollen die beiden mit hoher Geschwindigkeit weitergefahren sein und dann hintereinander fahrend einen Wagen, der im mittleren Fahrstreifen unterwegs war, links überholt haben. In Höhe Kurstrasse fuhr der Motorradfahrer mit seiner Suzuki dann gegen das Fahrrad der 74-Jährigen, die dieses vom Mittelstreifen aus über die Potsdamer Chaussee schob. Das Fahrrad wurde in der Folge der Kollision durch die Luft geschleudert und zerbrach in zwei Teile. Die Seniorin erlitt einen Armbruch sowie Knieverletzungen und stand unter dem Eindruck des Geschehenen. Der Zweiradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß und rutschte über die Fahrbahn. Der unbekannte Autofahrer hielt daraufhin kurz an, fuhr dann aber weiter. Während die Seniorin nach einer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, wurde der Suzuki-Fahrer mit Kopfverletzungen stationär in einer Klinik aufgenommen. Polizeikräfte beschlagnahmten seine Maschine und seinen Führerschein. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Potsdamer Chaussee ab der Spanischen Allee in Richtung Avus bis etwa 2.20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4, Süd, ermittelt. Bericht Verkehrsunfall mit Kradfahrer Polizeimeldung vom 03.04.2024 Tempelhof Schöneberg Nummer 0686 Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lichtenrade, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Lichtenraderdamm gegen 10.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen Kradfahrer und dem Wagen eines vom rechten Fahrbahnrand in den Fließverkehr einfahrenden 49-jährigen Autofahrers. In der Folge stürzte der Kradfahrer auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn nach erfolgter medizinischer Versorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo unter anderem eine Hirnblutung festgestellt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4, Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen. Bericht Mord an Kosmetikerin Tatverdächtiger festgenommen Polizeimeldung vom 03.04.2024 Charlottenburg-Wilmersdorf Gemeinsame Meldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Berlin Nummer 0687 Gestern Nachmittag wurde ein 53-jähriger Mann an seiner Geschäftsanschrift in Charlottenburg festgenommen. Der Mann ist dringend verdächtig, zwischen dem 31. März und dem 1. April 2021 die damals 50-Jährige, ihm bekannte Geschäftsfrau in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm getötet zu haben. Der 53-Jährige wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend einen Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier erlassen und in Vollzug gesetzt hat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Öffentlichkeitsfahndung vom 25. März 2023 Die Mordkommission sucht nach unbekannter verdächtiger Person, Belohnung ausgelobt. Die 50-jährige Inhaberin eines Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz in Berlin-Charlottenburg wurde am Donnerstag, 1. April 2021, gegen 18 Uhr, tot in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm gefunden. Sie wurde dort am 31. März 2021 Opfer eines Tötungsdelikts. Der Täter setzte bei der Tatbegehung neben körperlicher Gewalt auch mittelgroße Kieselsteine ein und erbeutete und andere ein goldfarbenes Handy iPhone 12 Pro Max sowie einen Schlüsselbund mit einem roten, herzförmigen Anhänger. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Video einer Überwachungskamera zu einem Innenhof des Walter-Benjamin-Platzes gesichert werden, auf dem am 31. März 2021, gegen 17.30 Uhr, eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts zu sehen ist. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat eine Belohnung in Höhe von bis zu 5.000 Euro für Hinweise zur Gewinnung von Beweismitteln, durch die der Täter überführt werden kann, ausgesetzt. Erstmeldung Nummer 0726 vom 2. April 2021, Feuerwehr findet tote Frau, Mordkommission ermittelt. Am Donnerstag, 1. April 2021, wurde eine 50-jährige Kosmetikerin gegen 18 Uhr tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Obduktion ergab tödliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Die Feuerwehr war von besorgten Kollegen der Kosmetikerin zu deren Wohnung am Kurfürstendamm gerufen worden, da die Frau am 1. April 2021 nicht zur Arbeit erschienen war. Die Frau war Inhaberin eines Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz und begab sich von dort am Mittwoch, 31. März 2021, nach 18 Uhr, zu Fuß auf den Weg nach Hause, für den sie circa zwei Minuten benötigt. Wann sie dort ankam und ob sie zuvor noch an einem anderen Ort war, ist nicht bekannt. Sie war komplett in schwarz gekleidet, trug dunkelblaue Schuhe und ihre schwarze Handtasche. Anhaltende Musik Vielen Dank.